Ja Leute, ich bin umgezogen und eigentlich wollte ich das Ganze gar nicht zeigen. Eigentlich sollte hier einfach mal ein Banner stehen und fertig und dann hättet ihr nichts gesehen und dachtet, hä, es ist ja nichts passiert, denn ihr seht das einfach nicht, weil Hintergrund sieht genauso aus wie immer. Aber ich habe mir überlegt, nein, ich möchte dieses Video machen, denn ich muss mit euch reden. Ja, und das klingt immer sehr dramatisch, wenn man das Ganze sagt, aber ich meine das im positiven Sinne, denn es gibt einiges, was ich erzählen möchte und ja, ich nehme den Tee oder so und höre hier zu. Ich habe hier ein paar Notizen und werde das Ganze eben hier mal Stück für Stück durchgehen. Zunächst einmal, ja, es gibt quasi auf diesem Kanal hier eine kleine Pause. Also jetzt nicht Pause im Sinne von, es kommen gar keine Videos, aber man merkt, es kommen ein bisschen unregelmäßiger Videos beziehungsweise es kommen auch nicht so aufwendige Videos. Man merkt so, ja, hm, macht der überhaupt noch was oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage, denn ja, gerade ist etwas mehr Ruhe, denn ja, ihr seht es, ne? Ich ziehe gerade um, beziehungsweise bin umgezogen und allgemein ändert sich einiges. Dementsprechend, ja, habe ich natürlich nicht so die große Zeit eben aufwendige Videos zu machen beziehungsweise überhaupt welche zu drehen, denn ja, eigentlich sollte diese Woche auch ein Video kommen, aber wie? Also es ist halt faktisch nicht möglich. Ich glaube gar nicht, wie viel ich hier rumgerannt bin, um alles zu finden. Die Softboxen musste ich erstmal irgendwie zusammenfriemeln. Wo waren die Kabel? Keine Ahnung. SD-Karte? Was weiß ich? Ähm, ja, also dementsprechend, ja, ist natürlich klar, dass das Ganze nicht so leicht funktioniert hat und deswegen eben eine kleine Pause, aber in der Vergangenheit gab es öfter auf dem Kanal schon kleine Pausen und ich weiß, ähm, natürlich, YouTube mag das nicht, Algorithmus, blablablub, aber, ähm, nichtdestotrotz, ähm, ihr seid mega krass dabei und, ähm, wenn es dann wieder aufgeht und wieder aufwendigere Videos kommen und, ähm, mehr Sketche kommen und so ähnliches, dann seid ihr auf jeden Fall krass dabei und dann, YouTube juckt es nicht, dass ich weg war, dementsprechend habe ich da keine Angst oder so, von daher, ich mache einfach mein Ding wie immer und dann gucken wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Tja, ähm, erstmal, was will ich überhaupt hier mit dem Video aussagen? Ich will vor allen Dingen halt eben diesem Video auf jeden Fall Danke sagen. Danke an jeden von euch. Ähm, um genau zu sein, mache ich das Ganze hier schon seit 6,5 Jahren, was echt krass ist. Also wir haben bald die 7 Jahre voll. Puh, ähm, krass, hätte ich niemals gedacht, dass ich das Ganze so lange mache. Ich dachte irgendwie gefühlt, es ist erst 2, 3 Jahre her, aber es ist schon eine mega lange Zeit und, ja, es ist einfach mega schön zu sehen, wenn Namen auftauchen, die schon mega lange dabei sind. Manche sind von Anfang an dabei, was wirklich krass ist. Ich meine wirklich fast 7 Jahre. Ich meine wirklich heftig. Ähm, sei es in den Kommentaren, sei es im Livestreams dabei, manche nur in Livestreams, was auch ziemlich cool ist, ähm, oder auch auf Discord oder ähnliches. Einfach mal Danke an euch. Aber nicht nur Danke an die, die lange dabei sind, nein, auch an dich, der vielleicht gerade erst dabei ist oder eben erst seit, ähm, 1, 2 Monaten dabei ist. Und jetzt auch ein Riesendank auf jeden Fall an dich, denn, ja, ohne euch wird das Ganze hier nicht sein. Und ich finde, man sagt das viel zu selten. Und ich finde, gerade ist so ein perfekter Zeitpunkt, ähm, der kann eigentlich ein bisschen dauern, die Videos kriegen nicht so viel Aufmerksamkeit. Dementsprechend kann man einfach mal an die Leute, die treu zugucken, einfach mal Danke sagen. Weil man sagt das wirklich selten, aber man ist wirklich dankbar. Glaubt mir, jeder, jeder Creator ist dankbar, auch wenn das vielleicht nicht so oft sagt, ähm, ähm, es ist einfach Dankbarkeit. Also, es ist nicht selbstverständlich. Und es ist eh crazy, wo die Reise hingegangen ist oder wo sie noch hingehen wird. Ähm, von daher erst mal ein Riesendank an euch. Und jetzt habe ich gesagt, ja, die Leute, die im Stream sind, die Kommentare schreiben, ey, kein Ding. Du kannst ein stiller Zuschauer sein. Das ist vollkommen egal. Jeder, der zuguckt, jeder, der dabei ist, hilft. Egal, ob er schreibt oder nicht. Also, fühlt euch nicht verpflichtet, Kommentare zu schreiben oder zu liken. Also, müsst ihr nicht liken, aber könnt natürlich immer liken. Ähm, von daher, ja, es ist natürlich ein guter Support, aber im Support ist es auch einfach nur, das Video zu gucken. Das vergessen wir die meisten, weil auch die stillen Zuschauer sind extrem wichtig. Ähm, nicht nur die lauten zählen, sondern auch die stillen zählen. Ähm, ja, dann kommen wir zu weiter. Ähm, ja, mein Content hat sich allgemein ein bisschen geschifftet. Das muss ich zugeben, früher habe ich sehr viele, ähm, aufwendige Videos gemacht. Ich war an sehr vielen Locations. Quasi jedes Video hatte eine neue Location. Ich war hier, ich war dort. Ich bin extra zu Drehorten gefahren. Ähm, habe mich mit Leuten zusammengesetzt, die mir geholfen haben. War eine richtig coole Zeit. Ähm, ja, aber das Ganze sieht man jetzt nicht mehr auf meinem Kanal. Das Einzige, was man eben sieht, ist mal auf Events oder so. Aber generell sieht man das Ganze eben nicht mehr so. Und naja, was soll ich sagen? Woran liegt das Ganze? Naja, natürlich, ähm, braucht das alles sehr viel Zeit, ähm, eben so viele Drehorte oder Ähnliches zu haben. Und ja, jetzt gerade. Wie gesagt, Umzug. Äh, Zeit ist eben nicht da. Ähm, von daher, ähm, ändert sich halt einiges. Und natürlich muss man sagen, ähm, ja, dass Anfang 2020 es sehr schwer war, irgendwo, ähm, ja, hinzufahren oder Ähnliches. Äh, wer hätte es gedacht. Von daher, ähm, ist das auch ein bisschen, musste ich mein Content ein bisschen shiften. Ähm, ich habe mich ein bisschen rumprobiert. Ich probiere mich allgemein gerne aus. Was man merkt hier, ich habe nur sehr wenig Formate, die ich wirklich konstant durchziehe. Ähm, ist es eher so, dass ich halt dort was ausprobiere, hier was ausprobiere. Das, ähm, Gelernte woanders wieder anwende oder so. Ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und das werde ich auch nicht verlieren, denn das wird in Zukunft auf jeden Fall auch kommen. Ich werde wie immer mich weiter, äh, ja, eben ausprobieren und eben gucken, wo die Reise hingeht. Das macht mir mega Spaß. Und ja, ähm, auch Drehorte und Ähnliches wird es in Zukunft wieder gehen. Ähm, wie gesagt, YCS London, ich wäre gerne dabei gewesen. Umzug hat Nein gesagt. Aber allgemein, ne, Turniere kommen, man kann da richtig cool Content machen. Man sieht das immer, wenn man dann auf meinem Kanal sieht, hm, da war eine deutsche Meisterschaft und danach kommen irgendwie vier, fünf Videos. Oh, der hat da ja nicht viel gedreht. Ja, ich liebe es, auf Events zu drehen. Ich liebe es, mit anderem was zu drehen. Ähm, aber es geht halt eben nicht so einfach. Vor allen Dingen halt eben nicht jetzt hier so, also, ja, im Raum so. Und genau deswegen, äh, ja, hab ich halt einiges geändert, äh, Sketche auch gemacht, die halt in einem Raum funktionieren und nicht nur irgendwie an einer Location oder eben in einer Turniersituation, sondern halt eben auch einfach eben im Zimmer. Aber in Zukunft, wie gesagt, wird es auch wieder Sketche geben. Gab es ja auch in der Vergangenheit wieder. Aber jetzt gerade eben nicht. Aber National Time und was da noch alles kommt. Äh, ich bin ready. Ich bin sowas von ready. Und, äh, ich hab viele Videodeen und ich will die ganze, ähm, ja, Sachen auch durchziehen. Ähm, naja, okay. Hab ich jetzt mal viel erzählt. Jetzt geht's weißer. Denn, ähm, der nächste Punkt ist, ich habe gerade Bock auf Yugi. Ähm, das klingt ironisch, weil, ja, man sollte Bock auf Yugi haben, wenn man einen Yugi-Kanal hat und aktiv Yu-Gi-Oh! spielt. Dann sollte man auf jeden Fall Bock haben, eben Yugi zu spielen. Ähm, ja, aber ich habe jetzt wirklich Bock auf Yugi. Und ich meine damit nicht irgendwie explizit das TCG, sondern wirklich Yu-Gi-Oh! an sich. Ich liebe einfach das Spiel. Ich liebe einfach den Kosmos. Ähm, sei es Master Duel, Speed Duel, Duel Links, TCG. Ich liebe alles. Ähm, die viele von euch wissen, äh, in Streams bin ich auch sehr vielseitig, äh, vielseitig vor allen Dingen, ähm, unterwegs. Und, ja, ich, ich habe gerade Feuer in mir zum Spiel. Wie denn je, würde ich fast sagen. Ich habe so richtig Bock wieder aufs Spiel. Man glaubt es kaum. Viele sagen gerade, mmh, Yu-Gi-Oh! ist langweilig, Yu-Gi-Oh! gefällt mir nicht. Ähm, ja, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich habe ultra Bock gerade aufs Spiel. Ähm, ultra Bock auf Yu-Gi-Oh! Und, ähm, ja, dementsprechend, äh, ist es natürlich sehr gut, gerade wenn man eben Content dafür machen will. Naja, ähm, wo wird die Zukunft sein? Beziehungsweise, wo geht die Reise hin? Ähm, naja, wie gesagt, ne? Jetzt ist gerade ein kleines Tief. Das wird auch erstmal so bleiben. Aber, es wird dieses Jahr auf jeden Fall noch viele krasse Sachen passieren. Auch sehr viele coole Sachen passieren. So viel kann ich schon sagen, oder will ich nicht mehr sagen. Denn es ist immer so, wenn man etwas ankündigt groß, von wegen so, boah, im Sommer gibt es das krasse Event. Also, jetzt nur als Beispiel, ne? Ähm, dann erwarten alle, dass im Sommer das passiert. Äh, warum ankündigen? Warum nicht einfach machen? Und das, äh, ja klar, ich tease euch jetzt hier unnötig an und ihr denkt euch, oh, bitte erzähl doch mehr. Aber nein, Leute. Ähm, es weiß, es wird einiges kommen. Aber, ich erzähle eben davon nichts, wie immer. Es kommt, wenn es kommt. Ich will mich damit selber nicht unter Druck setzen und ich will euch nicht enttäuschen. Denn manchmal passieren Dinge eben, ja, manchmal passieren die Dinge anders, als man erwartet. Und dann kann man das Ganze vielleicht gar nicht umsetzen. Beziehungsweise, ähm, die Gegebenheiten stimmen noch nicht. Man muss das Ganze verschieben und dann enttäuscht man euch. Also, lieber nichts Großes ankündigen, sondern nur sagen, keine Angst, es kommt auf jeden Fall was. Ähm, ja, und in diesem Video wollte ich das auch nochmal sagen, weil ich finde, es passt gerade. Weil, ja, wann kann man das sagen? Am Ende eines Videos, eines Sketches? Nein, natürlich nicht, ne? Man muss das natürlich hier sagen. Ähm, warum nicht hier? Am besten, wenn man eben gerade eben direkt, äh, mit euch spricht. Von daher. Ja, ähm, ich würde sagen, zusammenfassend, ich habe viel geredet, zusammenfassend kann man sagen, ähm, ja, es ist gerade ein kleines Down, so wie öfter. Gefühlt habe ich jedes Jahr sowas. Also, wo der Kanal etwas weniger aktiv, ähm, Videos kommen, weniger Streams kommen. Ja, und jetzt haben wir gerade wieder Steves. Aber ihr wisst, das Tief heißt nicht, ich bin weg oder hab keinen Bock mehr. Nein, es sind einfach dann die privaten Gründe. Dementsprechend, ähm, ja, Umzug ist bald fertig. Äh, ja, Banner und so, muss noch alles gemacht werden. Aber wenn das alles geschafft ist, äh, dann kommen auch wieder Livestreams. Also, äh, ich freue mich auf jeden Fall. Und, ja, ich habe viel geplant, wie gesagt, Sketche, aber auch informative Sachen. Ich will auch nochmal zum Judge-Format auf jeden Fall noch was machen. Mal probieren, äh, falls Judgen euch, äh, das Format euch nicht gefällt, dann kann man es immer noch sein lassen, ne? Muss ja alles nicht sein. Wie immer, ich habe Spaß an jeglicher Art von Videos. Sei es informativ, sei es Comedy, sei es Duelle, sei es Sketche oder ähnliches. Also, ich habe Lust, mir macht alles Spaß und ich kriege mich da einfach noch euch, ähm, was euch eben gefällt. Ihr kommt doch mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollen würdet in Zukunft. Und wie gesagt, keine Garantie, dass es dann auch kommen wird, ne? Ähm, aber keine Angst, Comedy wird auf jeden Fall nicht zu kurz kommen. Ich habe eine Unmengelange-Liste an, äh, ja, Ideen, die ich noch umsetzen will und das ändert sich irgendwie nie. Die wird gefühlt immer länger, ähm, und, ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal alles umsetzen kann. Ich bin guter Dinger auf jeden Fall und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr einiges davon umsetzen und freue mich auf jeden Fall. Ja, und ich habe Bock, wie gesagt, und ein Riesendank an euch. Danke für euren Support. Vielen, vielen Dank. Äh, man sagt es wirklich zu wenig. Ich habe das im Video jetzt schon sehr oft gesagt, aber es ist wirklich. Man sagt es viel zu, viel zu wenig und ich bin euch wirklich, wirklich dankbar. Dir, dir, dir und auch du. Ähm, ja, ich bin euch wirklich dankbar. Es ist mega nice und ich freue mich auf die Zeit mit euch und die Zukunft und es wird nice und ich hoffe, der eine oder andere hat dann vielleicht am Ende ein kleines Lächeln auf, äh, im Gesicht oder eben hat eben vielleicht seine Langeweile einfach vertrieben. Wer weiß. Die Gründe sind der Vielseite. Ich hoffe einfach, dass euch das Ganze eben gefällt. So, ja, das war der kleine Monolog, den ich ja mal loswerden wollte. Ähm, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren. Bis zum nächsten Mal.